Oh, die ist sogar besser, die Waffe. Na, die nehm ich doch direkt mal. Da. Ich muss die Tür zumachen erstmal. Schießen ist echt nicht einfach hier tatsächlich. Geht es? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich. Ich weiß nicht, wie ich ich bin. Was sind die Böse. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie ausgeben habe. kohle nehme ich mir gerne die sogar noch stärker sie die ich habe und dies noch stärker als die die ich da vorgenommen habe die waffen die alle 6 24 also ich muss oben lang alles klar ich 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 habe nichts besseres zu tun ich werde euch wieder eine bessere finden hier auto im hallo wir sind jetzt ein bein wie es kann das kann sein dass die beiden sehr sind wo ist er da unten sein immer freund wo bist du das war so klar wie viele sind es noch wahrscheinlich soll ich jetzt da runter gehen meine hand verkrampft schon total da bist du monster jeder hat eine bessere waffe muss anders hinsetzen sie ist noch überall zum ist irgendwo so der chillt nur und die ist wieder besser als die die ich habe auch geil habe ich mich erschrocken ich hätte mir das fast abgeknallt ja jetzt dass die verdammte weg sind können wir das Wasser wir gehen mit Frank um die Pumps zu beginnen aber in der meantime könnten wir mehr Hilfe benutzen ja ein klein moment kommen wir noch ein bisschen ein bisschen besser die waffe hier die ist ganz gut ich sollte erstmal gucken ob ich irgendwie Sachen zum ausrüsten zum heilen hier habe da taucht so ein gift gas pen einfach mal auf geistertüren nice es es sieht aus wie die equipment ist es ist eigentlich okay es ist okay es ist okay es ist okay es ist 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 wir haben ja fünf hey jemand muss das wenn wir nicht wenn wir haben wir die fünf hydrat absolut let me tell you where they are approximately there is a car in the loading area under the crane use it to get to the hydrat ok das heißt wir müssen fahren alles klar ok dann lass mich mal kurz looky looky machen hier bevor wir noch irgendetwas anderes machen kann ich jetzt irgendwie kann ich nicht wir haben eigentlich recht gute waffen tatsächlich das ist die stärkste episode die wir jetzt haben gut ich habe geupgradet gut zwei Sachen würde ich eh nicht abkühlen ja fang scheiße auf schicken wir uns das navi hin was wird er da ich habe sie ich habe ich bin die ich bin dieses das den das den 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 das ist okay aber wie man erst mal die andere kräfte ich sagen oder naja komm scheiße das tor mache ich nicht auf da hinten in ausgang ist ich meine das bringt ja auch jetzt so viel die zum ist da mal eben loszuwerden alles klar schon wieder los muss aber trotzdem danke fürs auf einschalten schönen abend noch so wir müssen jetzt das auto hier nehmen noch ja 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 ach die muss ich absperren alles klar ok denn der schaden oder es ist eine andere ok breche oh 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 gut das muss man mir die kette nehmen ja aber immer nein 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 computer sagt definitiv nein habe ich hier hier zuverdeckten gas kann es darum fliegen nein ich soll irgendwo ein auto sein ich frage mich wieso können die zombies immer feuer schlagen bevor ich sie treffe also ich treffe sie und macht trotzdem nichts ich kann ich nur umweg laufen wir sollen irgendwo ein auto sein oder nicht ich bin da ich müsse ein riesen umweg laufen riesen umweg ich meine ich könnte hier so lang laufen ja aber ich riskiere den weil gegen die fetten habe ich echt keine chance ich kann zwar mit der pistole versucht aber je weniger schießen muss desto besser ich ich wollte mich drucken scheiße da drin ist auch ich habe keine ahnung wo ich gerade rein geraten bin auf jeden fall in nichts gutes würde ich mal behaupten komm ich da irgendwie hoch ne gut den umweg den ich gehen wollte den kann ich nicht gehen weil es keinen umweg gibt wie es aussieht taschen button spamming ok die dose kann ich nicht nehmen klar läuft warum nicht warum sollte ich auch so eine dose nehmen müssen so so oh nein oh ernsthaft ernsthaft da sterbe ich jetzt durch eigener dummheit oh fuck weh ich muss jetzt alle nochmal neu töten naja ok gut fuck aus eigener dummheit sterbe ich ja gut jetzt erst mal auf dem tee trinken klar kommt doch schon mal vor was das erste mal dass ich in diesem spiel so eigene dummheit gestorben bin ja ja ein arm alles dem einige ar aus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles klar, ich muss also gegen den kämpfen. Ist jetzt ein bisschen scheiße, aber naja. Okay. Ein Schuss pro Kugel, obwohl die Waffe ziemlich viel Schaden verursacht. Bemerkenswert. Aber du Miseruso! Scheiße. Oh. 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 einmal her dieser dreckige gott habe ich mir erschrocken von was sind schaden die anrichten die kleinen pisse machen mehr schaden als die großen fünf stück muss ich nur waren das wie wir waren es nicht gesamt zwei frankspunkte haben wir noch geil schaden wir schaffen fünf außer kosten ist zehn kürzer plus zwei das noch diese diese explosions gegner sind total ätzend ich brauche irgendeine waffe die ich werfen kann und die waffe ist wasser marsch nato gut hier oben bin ich erst mal safe wo muss ich hin ein ganzes stück weiter das hat mir jetzt was gebracht so ich brauche eine werkstatt eine ganz ganz gelingend eine werkstatt ach hier sind wir oh ja alles klar ok oh scheiße warte 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 so springer mädchen ok was ich sterbe auch komplett ach fick dich doch ernsthaft oh ist doch nicht wahr ey ja wo starte ich denn boah ist das übertrieben Mmmm ich bin wenn liegt aber was ja warte mal dieses kann ich nicht mehr umstellen ich kann nicht mehr umstellen dieser auto eben da ist so beschissen hallo und wo jetzt die ist zu blöd zum scheißen die alte ich springe einfach aufs auto wo sind das problem frauen wo es das anstrengend hier gerade holy shit was 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 Oh ja so ein Großer, na toll. Scheiße, ich kriege eigenes selber, schade. Was? Ach über, wo kommt denn der Hurensohn jetzt her? Oh jetzt komm, fick dich mal, was soll denn das? Alter. Ja und dann spawn ich auch noch direkt hier, ja es ist ja, komm, fick dich das Spiel. Piss dich. Alter, übertreiben diesmal maßlos. Oh god. Oh god. Ich hab alles ernsthaft, ich hab alles da. Schön, dass ich mir den ganzen Scheiß hier angucken kann. Boah, das ist so ein Kotzen, ne? Was ist die denn? Ich hab, ich hab nichts, womit ich irgendwas machen kann. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur noch... 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 Das war's für heute. So, jetzt würde ich gerne meine verschissene Klämpnerarbeit machen. Bitte Dankeschön. Oh man. Keine Ahnung, merkt man, dass ich gegebenenfalls sichtlich genervt bin? Oh, ist das ätzend. Und... Ich kann noch nix irgendwie... Ein paar Bollys mach ich. Mach ich mal einen Schocker hier noch. So. Ganz dezent nur, ja. Alter, ich bin noch ausgewichen. Meine Güte, ich geh mal um den Sack. Nur dezent bin ich, äh, sichtlich angepasst, ja. Nervt aber auch langsam. Es ist einfach die Masse, die da so nervt. Warte mal, kann ich mal was ausprobieren? Und zwar... Hat nicht wirklich was gewahrt. Ja, alles klar. Danke, Spiel. Fick dich auch. Hallo? Oh. 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 Ich glaub ich mach auch nicht mehr allzu lange, tatsächlich. Oh, ich hoffe das war jetzt der letzte hier dran, ey. Gott sei Dank. So. Können wir diese Mission auch endlich abhaken? Und sorry, falls ich vorhin laut wurde. Übertrieben übersteuert hab ich gesehen. Warte mal, äh, wer war das mit dem... Der hier, ne? Er ist auf dem Scheiß. Gott, was hab ich zu verkaufen? Ja, es sind noch wieder drei Stunden, du sagst es. Du sagst es. Was ist die? Sie hat Diabetes. Und ohne Insulin. Sie wird es nicht machen. Sicher. Oh Gott, danke. Danke. Es ist eine Pharmaze, nicht weit von mir. Und wir sind sicher, dass sie ein paar Insulinpens haben. Ich bin gleich hier. Ich will sie nicht verlassen. Ja, nein. Wo sind die, wo sind die Alte jetzt schon wieder? Oh, ich hasse es, wenn die Figuren einfach immer an ihre Plätze tauschen, ne? Oh, das ist nervig. So. Oh, ja. Oh, ja, jetzt mal. Ja. Ja. So. Oh, ja. So. So. Listen, Laura, that orphan girl I was telling you about, she's got a hundred and four fever, she's delirious, thinks Bobby's trying to kill her. What does it do? We need to bolster the church against any attacks from those undead demons. For that, we need some special tools. Will you help us find them? Definitely. Oh, excellent. The tools I have in mind are in Antonios workshop at the pump station. Gut. Erstmal den ganzen Missionen hier alle an... alter Wies. Das schlimmste, weil ich immer solchen Spielen hasse, ist immer dieses stundenlange Quatschen von irgendwelchen Missionen. So irrelevante... Warum nicht einfach das Missionsfenster aufploppen lassen, Missionen annehmen und gut ist. Ich brauche keine Dialoge dazu. Wir brauchen jemanden, um die Batterien zu schrauben, um die Lichter zu schrauben. At night we turn off the Lichter, so dass wir nicht die unabhängige Aktionen haben. Würdest du uns helfen mit dem? Let's do this. Ich hoffe, dass du das sagst. Schau in den Shoppen, Autos, Homes, sie können überall sein. Ja, ich bin auch so doof und weiß nicht, wie man Taschenlampen macht. Ich hab doch noch eine. Oh, es wird so eine Dauer-Quest. Oh Gott, ich hasse sowas ja. Oh Gott, ne. Boah, ich hasse diese fortlaufende Mission. Mother Helen told me that you can be trusted. Our brother Grant needs someone to help him with the town's public address system. We must tell those who are still alive that they can seek sanctuary here. Would you go to Grant and help him? I'll see what I can do. God bless you. Head to the radio tower and give Grant this recorder. This is what he is to broadcast. I'll contact him on the walkie-talkie and let him know that help is on the way. We have them all now. Thank you. She agreed? Oh, one of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side. But the sewage level needs to be lowered first, because right now everything is flooded. We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. I don't move as fast as I used to. I need you to protect me from those demons. Will you? Yes. Thank you. Well, let's go then. No. Jetzt nicht, mein Freund. Ich bring das Bild noch eben zu Jack und dann meine ich aber auch Feierabend, weil das Turm mich erstmal fünf Kilometer weg schiebt. Ach, ist mir scheißegal. Soll der Typ doch einfach gehen. Äh. Ja, dann mache ich auch Feierabend für heute. Die kann doch nicht mal mit einer kleinen Stufe drüber laufen. Das ist so traurig. Also bei der Masse von Zombies, ey, einfach eine, eine fette Bombe. Und alles ist erledigt. Oh. Jetzt geht doch mal vom Auto runter. So. Meine Fresse jetzt. Fuck, die schnäpfel mich ab. Boah. Himmel, Arsch und Fick. Boah, die bleibt an der Kante hängen. Das geht ja voll auf den Sack. Ja, schön für dich. So. Gib ihm die Kohle. Oh. Oh. I worry about him. I worry about him. Ja, ja. Du mich auch. Äh. Nein, 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 nein. Ach, ist gar nicht die... Okay, okay. Status Verdi hier tatsächlich. Wo ist denn die? Nein. Nee, nein, nein. Der Pumpstation, ne? Ne? Die hier? Ne. Ach, hier irgendwo, alles klar. Ja, gut dann. Ah, hier irgendwo, alles klar. Gut dann. Ne, ich mache es für heute Feierabend. Ich habe nämlich echt überhaupt keinen Bock mehr. Ich bedanke mich bei uns fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde von Dead Island wieder. Ciao, ciao.